Das ist ein Podcast von n-joy.de, die Enjoy-Radio-Kirche. Gestern bin ich einem echten Gentleman begegnet, beim Bäcker. Er stand vor mir in der Schlange, draußen vor der Tür. Er sprach mich an und sagte, ich bin schon sechs Jahre alt und darf schon allein zum Bäcker. Wollen Sie vor? Ich war entzückt. Nicht nur, weil es zuckersüß war, wie stolz er auf seine kleine selbstständige Einkaufstour war, sondern auch, weil ich sein Angebot wirklich charmant fand. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich äußerlich nicht den Eindruck erwecke, als könne ich nicht lange in der Schlange stehen. Auch sah ich, denke ich, nicht sonderlich fertig oder genervt aus. Der junge Mann war einfach nur freundlich, freudestrahlend und freundlich. Und damit hat er mir nicht nur den Tag versüßt, sondern mir auch richtig neue Energie geschenkt. Auch in der Bibel wird die Wirkung von einer solchen Freundlichkeit hoch geschätzt. Im Buch der Sprüche steht dazu, leuchtende Augen erfreuen das Herz und eine gute Nachricht stärkt die Glieder. Laut der Bibel ist Freundlichkeit also nicht nur etwas, was dem Gemüt gut tut, sondern auch etwas, das körperlich neue Kraft schenkt. Mehr Podcasts findet ihr unter n-joy.de Enjoy the music!